Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video. Heute zeigen wir euch verschiedene Last-Minute-Weihnachtsgeschenke mit Dingen, die jeder zu Hause hat. Die Geschenke gehen super einfach und schnell. Viel Spaß dabei! Los geht's! Bruchschokolade Für die Bruchschokolade benötigen wir einen Topf, eine Metallschüssel, einen Herd, ein Backblech mit Backpapier und natürlich Schokolade. Zum Verzieren könnt ihr alles Mögliche benutzen. Als erstes schmelzt ihr den Schoko-Weihnachtsmann. Sobald die Schokolade geschmolzen ist, verteilt sie gleichmäßig auf das Backblech. Nun schmelzt weiße Schokolade und macht damit ein Muster auf die dunklere. Nun könnt ihr die Schokolade mit eurer Lieblingsdekoration verzieren. Nun ist sie fertig. Brecht sie in Stücke und genießt sie. Das benötigt ihr. Jetzt schmelzen wir die Schokolade und geben ein Stück Butter dazu. Jetzt tun wir es in eine Schüssel und vermischen es mit den Cornflakes. Jetzt gebt ihr mit zwei Löffeln die Masse auf ein Backblech. Das gleiche machen wir jetzt auch noch mit der dunklen Schokolade. Schon sind sie fertig. Lippenbalsam Als erstes schmelzt ihr die Kakaobutter. Nun nehmt ihr das Gemisch vom Herd und gebt zwei Tropfen vom ätherischen Öl hinzu. Nun gebt ihr alles in einen Behälter. Fertig! Wir hoffen es hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr Lust bekommen etwas davon nachzumachen. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal.